genau so jetzt müsste jetzt müsste genau und was ich auch dachte weil das ist da mache ich auch öfter mal was mit ist so reg mit lokaler ki also das können wir auch kurz streifen dass ich mal zeigt bei denen also ich nutze hauptsächlich jan und gbt for all gibt es aber auch andere tools wie es dort geht das wäre so der faden jetzt weiß ich nicht könnt ihr kommentieren so passt oder okay also da gehe ich mal so durch streift die ganzen themen und dann irgendwie wenn ich irgendwo tiefer gehen soll oder ja alles sagt kenne wir schon wissen wir schon schreibt das gerne in den chat vielleicht kann einer von euch vor ort hier den chat bis in den blick mit haben weil ich habe ist machst du das thomas super genau falls ihr euch wundert mit wem spreche wir sind hier zu fünft vor ort manche haben die kamera an also manche manche die winken sind quasi hier live vor ort ich würde mal eins machen das packe ich auch gleich in chat eigentlich wollte ich das nämlich in den in das meetup ding tun retrieval augmented generation das hat als ich die grafiken gemacht habe für den mooc weiß nicht ob euch das aufgefallen ist da stand ja auch reg als eines der schlagworte über den grafiken drüber und das war so die nummer eins frage die gekommen ist was ist das eigentlich nur weil da stand es in als abkürzungen nicht in langform also so wie ich das sehe gern wenn experten data scientists da sind kann man das gerne noch ein bisschen verfeinern ist quasi reg oder grounding bedeutet dass ich in einem use case nicht nur auf das wissen in anführungszeichen was im sprachmodell komprimiert ist zugreife sondern dem sprachmodell sozusagen zusätzliche wissensquellen zuführe das kann sein eine websuche heute geht es mal insbesondere darum um inhalte die halt in eigenen dokumenten sind und die wikipedia seite sagt quasi hier two phase process involving document retrieval and answer formulation by large language model und ich finde die grafik die da drinnen ist die ist so einfach genug dass man sie ganz gut verstehen kann das heißt quasi encoder encoder decoder lass ich mal noch weg sage ich gleich noch was dazu oben links angefangen wenn ihr quasi an so ein sprachmodell hinkommt und habt irgendeine frage also formuliert irgendwas in den chat dann ist ja normalerweise so das was ihr formuliert geht an das sprachmodell und das generiert die antwort daraus also der normale fluss wenn ihr mit chat gbt chattet ist die obere linie die obere horizontale linie sondern was man was jetzt dieses rack pattern macht ist zu sagen hier ganz unten was nicht das ein bisschen komisch skizziert weiß nicht ob man es lesen kann da steht documents wo meine maus jetzt ist das heißt ich habe irgendwelche arten von dokumenten und das ist sehr weit gefasst das in der regel sind das pdf oft tun die modelle dann wenn ich ein powerpoint gebe erstmal pdf draus machen oder text extrahieren also in irgendeiner art und weise werden sozusagen dokumente verarbeitet und enkodiert und das ist ja schon was wenn ihr mal geguckt habt so diese transformer modelle da steht so encoder decoder das heißt das was die sprachmodelle machen ist unsere sprache in einen sogenannten latent space zu übersetzen und der latent space ist eine repräsentation unserer sprache in einem riesengroßen vektorraum wo dann diese neural engines also diese chips sehr einfach rechnen können ich versuche so ein bisschen wahrscheinlich wenn man wenn man data scientists drin haben die springen gleich im quadrat und sagen so stimmt es nicht aber so kann man sich ganz gut vorstellen das was ihr schreibt dass das sprachmodell versteht ja nicht eure worte sondern mal zum schritt ein sogenannter tokenizer das heißt da werden diese einzelnen worte in tokens zerlegt noch ich glaube so grob ist die daumen regel ein token ist ein dreiviertel englisches wort also einfach so schnipsel und dann wird statistik in dem sprachmodell gerechnet welche tokens kommen mit welchen in welcher häufigkeit zusammen vor und das war ja ganz am anfang gab es so diese muster wo man gesagt hat so ein lm ist eigentlich nichts anderes als ein stochastischer papagei das heißt das klappert nach wahrscheinlichkeiten die tokens aus dir vorher gelernt hat und da dieser encoder hier unten was der macht ist sozusagen die dokumente die ich ihm gebe in dem rack pattern auch zu token eisen also die werden ganz genauso auch in tokens übersetzt das heißt wenn ihr ein pdf habt wird da der text extrahiert wird in tokens zerlegt und wird dann eben auch in diesen latent space transformiert und liegt in dem vector raum vor wo dann diese worteile diese tokens statistisch in ähnlichen regionen liegen wie die sprache die vorher im sprachmodell trainiert worden ist so dass ich die sozusagen miteinander verrechnen kann wenn man so will und deswegen kommen da eben meistens sogenannte vektor datenbanken zum einsatz das heißt mein dokument liegt dann nicht mehr als dokument vor sondern liegt als repräsentation in einer vektor datenbank zur verfügung wer auf die losscon kommt der carsten von siemens macht wahrscheinlich in den lightning talks so einen kurzen wo er mal zeigt wie sie auf ihr interne siemens wikis 4 also siemens wikipedia den chatbot drauf gebaut haben der dann quasi im hintergrund die inhalte des wikis verwendet als lokaler wissens pool so dass weil ein sprachmodell was öffentlich im intranet trainiert ist im internet inhalten trainiert ist überhaupt keinen zugriff hat auf siemens interne inhalte und da kommen dann eben alle wiki seiten als dokuments in so eine vektor datenbank rein und das wird dem sprachmodell übergeben so ähnlich wie der ganze andere kontext also wenn ihr einen chat habt im sprachmodell ist ja je nachdem wie lange das kontextfenster von dem sprachmodell ist weiß das ja unterschiedlich weit zurück was ihr mit dem gesprochen habt und diese abfrage quasi der vektor datenbank wird mit in den kontext reingesteckt und so kommt schiebt man sozusagen dem sprachmodell das lokale wissen unter also das ist so die die grundsätzliche funktionsweise und es gibt da wird es den link nicht bereit ich schau mal ob ich das auf die schnelle finde grounding für die die in der microsoft 365 welt unterwegs sind das ganze ein bisschen komplexer deswegen zeige ich immer ganz das er das das andere zuerst na also das ist was der microsoft copilot macht noch weiß nicht ob man das im screen share sieht da stehen so zahlen dran also martir quasi eins user prompt ich fragte den 365 copilot irgendwas ich packe links nach alle zusammen na und im hintergrund ist ja alles was in eure microsoft 365 tenant gespeichert ist also jedes dokument in one drive jede sharepoint seite jeder abschnitt in one note ist alles im microsoft graph also man kann sagen microsoft graph ist eine riesengroße vektor datenbank die die gesamten informationen eurer organisation eures tenants enthält das heißt damit mache ich das grounding diese anfrage wird geschickt eine abfrage an den graf dieser modifizierte prompt den ich gerade gezeigt habe geht zurück an das sprachmodell der formuliert eine antwort macht hier noch mal loop und das geht dann als ergebnis an den user zurück und so kann ich dann nachher zeigen in dem microsoft 365 copilot in teams zum beispiel sagen erstell mir eine liste aller termine die ich heute habe mit den menschen die da dabei sind und dann geht er mein mein postfach durch mein kalender durch macht die termine schaut wer ist eingeladen wer hat zugesagt und schreibt mir da die namen das ist eine suchabfrage auf dem graf holst du den würfel weil du ja die verlernt gar nicht die verlernt gar nicht das müsst ihr euch vorstellen wie der index einer suchmaschine das heißt eine suchmaschine funktioniert das so wie jede nacht oder wie auch immer kommt die google kommt der google indexer über eure webseiten und erstellt einen index wenn ich da jemand was rauslöscht oder den indexer neu anstößt bleibt das erstmal für immer da drin und die vektor datenbank kann auch viel viel größer sein als das kontextfenster vom sprachmodell also überhaupt kein problem die gesamte wikipedia in einer vektor datenbank zu haben das was wir hier vorher hatten das kontextfenster des sprachmodells das sind ja jetzt ich sag mal die ersten varianten waren ja so ein paar k großen also so ein paar k tokens glaube mittlerweile ist so 100.000 ist standard fast schon man spricht über millionen also diese kontextfenster werden immer größer aber natürlich nicht so groß dass ich in den kontext die gesamte wikipedia packen kann deswegen ist immer der trick wenn man so will die vektor datenbank ist viel größer als der kontext das heißt mit dem prompt in der user oder userin eingibt mache ich erst mal eine such abfrage auf der vektor datenbank dann kriege ich ein viel kleineres ergebnis als die gesamte vektor datenbank und das ergebnis packe ich wiederum in den kontext und da kommt dann auch so was her zum beispiel wie wenn ihr mit dem copilot für web sucht dass die den bing index abfragen und der bing index weiß dann quasi was ist ich wenn ich nach thomas schmidt fragt hatte vielleicht eine webseite indiziert und gibt mir eine antwort wo deine webseite drin vorkommt und kann dann eine kleine hochgestellte eins machen und sagen wenn du mehr wissen willst hier ist die webseite gadget gedanken hier ist der link das ist jetzt leuchten die leds jetzt passt es mal kurz rückmeldung aber den thomas besser verstanden habt jetzt damit daumen hoch und nick ja ich habe mir jetzt auch selber sehr gut genau also so funktioniert es in der microsoft 365 welt was oft so eine frage ist kann ich denn damit nicht auf sachen zugreifen ich könnte irgendwie sagen hier was sind die was sind die wichtigsten termine unseres vorstands heute oder so oder was hat die chefsekretärin ins one note geschrieben das kriege ich nicht weil weil die abfrage auf dem graf also die schnittstelle hier operiert mit den rechten die ich habe das heißt alles worauf ich kein recht habe kriegt auch der co-pilot nicht zugreifen hat das ist immer so eine latente latente angst dass man dadurch so sicherheitsthematiken halt kommt ich würde mal interessieren das large language modell bleibt aber außerhalb also das ist dieses eine große oder und wie ist dann sichergestellt dass die infos nicht rausgehen oder wie ist das mit der sicherheit also wenn dann auf firmenspezifische dokumente und personenspezifische daten zugegriffen wird dass das dann es ist genau also das large language model in dem fall sieht man jetzt hier so ganz klein liegt im in dem escher rechenzentrum wo wahrscheinlich weiß ich gar nicht wie das genau geregelt ist und open ai vielleicht zugriff hat oder auch nicht aber diese daten die gehen quasi schon da einmal hin um die abfrage zu generieren aber die fließen nicht zurück in das large language model also ein large language model ist statisch das wird einmal trainiert und bleibt dann so wie es ist und deine inhalte fließen dann nicht rein das geht nicht zurück das ist so ich weiß nicht ob das jetzt ein bisschen verfolgt habt apple wwdc die bringen es ja quasi die haben jetzt 20 sprachmodelle veröffentlicht insbesondere auch kleine die auf telefonen funktionieren die wollen halt möglichst viel auf dem telefon an an inferenz machen und wenn das telefon das nicht mehr schafft geht das quasi an ein rechenzentrum und die haben sich was sehr ausgefeilt ist überlegt dass das diese ganze api und was da passiert stateless ist also dass da nichts gemerkt wird sozusagen du kriegst deine antwort aber von deinen daten fließt dort nichts ab aber klar wenn ich jetzt meinen wenn ich den kostenlosen account von chat gpt zum beispiel habe und lade da meine firmen präsentation hoch ist das erst mal open ai hat es auf ihrem server und was die damit machen weiß ich nicht und wenn ich den haken gesetzt habe nutzt meine daten nicht zum trainieren kann ich dem vertrauen oder nicht das muss ich muss ich für mich entscheiden der florian ja florian genau ja ich habe eine frage und zwar muss ich den microsoft graph irgendwie noch aufbereiten oder irgendwas weil ich habe nicht den eindruck irgendwo dass das groß auf meine dokumente zugreifen sondern eher auf auf sachen die allgemein verfügbar sind also es gibt von microsoft eine ziemlich lange anleitung was man tun sollte in dem eigenen tenant um den für den copilot vorzubereiten so ein bisschen wie es das für microsoft suchmaschinen auch gab aber an sich musst du den nicht besonders vorbereiten das ist eher eine frage der romps oder du kannst im copilot auch einen link auf one drive dokumente mit geben zum beispiel um ihm zu sagen ich möchte jetzt speziell was zu diesem dokument die nehmen natürlich auch die kontexte mit also wenn man jetzt zum beispiel können wir später noch angucken den copilot in one note zum beispiel nutzt dann wird sozusagen der anna ich bin jetzt hier auf mac da ist es noch nicht auf dem windows pc habe ich oben in der navigation quasi auch ein copilot eintragen dann wird der lokale kontext der der one note seiten mit berücksichtigt aber an sich vorbereiten musst du nix dafür grundsätzlich ist ja der der knowledge graph ja die basis dessen was was der delf an ergebnissen zur verfügung stellt ja also das ist ein bisschen spooky immer bei für anwender also zumindest jetzt bei mir mit denen leid was ich zum da habe die haben immer ziemlich angst weil was kriege ich denn da alles dargestellt und plötzlich habe ich da irgendwelche ergebnisse und dokumente drin die dürfte ich doch gar nicht sehen aber das ist wie das jemand gesagt hat legt es im normalfall einfach dadurch dass die rechte falsch vergeben worden sein und dass man das halt einfach mit einem kompletten tenant und kompletten unternehmen teilt genau und wenn das ist dann eben die die basis genau dann die heute an den copilot dann an der stelle mit nahe geht also zum beispiel ich glaube es war eigentlich für mich schon angekündigt ich habe es zumindest noch nicht ist copilot für one drive und damit werde ich im one drive interface eine möglichkeit kriegen mit einem mit einem ordner oder einsprungspunkt im dateisystem zu sprechen also wenn ich zum beispiel so ein projekt archiv da liegen alle projekt ordner zurück bis 2004 dann kann ich quasi im one drive interface sagen was hatten wir denn für projekte mit kunde xy wo community of practice eine rolle gespielt hat oder welche lessons learned haben wir zu projekten in denen wiki ein thema war beispielsweise und dann weiß in anführungszeichen der copilot weil jetzt sozusagen ich möchte jetzt als rack pattern nur die dokumente unterhalb dieses ordner einsprungpunkt haben oder bei audis gerade live gegangen ein chatbot für die für so eine personalwebsite im intranet wo dann die ganzen alles draufsteht zu personalthemen und dann kann ich halt mit dieser sharepoint online website sprechen und als lokaler content ist es nicht das ganze intranet drin oder mein one drive oder so genau frank hatte noch habe ich gesehen genau was ja wichtig ist so zur informationsfindung sind ja suchmaschinen und browser wenn ich jetzt beispielhaft chrome habe dann geht das wahrscheinlich an google und an der wolke hier vorbei wenn ich aber es nutze oder copilot in edge oder halt eine suchmaschine da drin dann würde das ja einfluss haben und dann würde wahrscheinlich der graf angepasst werden ist das so also ich mach mal gerade die copilot seite auf also copilot.microsoft.com es gibt von microsoft jetzt nicht im zugriff kannst du aber im nachgang raussuchen gibt es so eine schöne übersichts grafik welche copilots es eigentlich alles gibt so ganz ursprünglich gab es ja diesen chat for bing enterprise chat for bing also bevor diese copilot terminologie überhaupt reinkam wenn man es mal so ganz einfach so eine dreier regel haben will es gibt diesen alten copilot für web der wenn ich nicht angemeldet bin meines wissens nach hier oben nicht diese grüne dieses grüne wappen hat ich weiß jetzt nicht ob man das im screen share das wappen sieht oder den text sieht wenn ich angemeldet bin und den schalter eingeschaltet habe steht hier kommerzieller kommerzieller datenschutz das gelten für diesen chat seien sie diskret wenn sie persönlichen organisationsdaten freigeben also das wenn ich hier auf web geschaltet habe ist das der copilot for the web wo sie mir aber auch zusagen wenn ich in einstellungen eingeschaltet habe dass sie meine prompt daten nicht für training des large language modells verwenden vertraue ich microsoft nein das heißt wenn du mir aus dem projekt e mail schicken würdest würde ich den inhalt da nicht rein kopieren so andere andere umschalter quasi wenn ich hier auf arbeit umschalte da kommt es darauf an ob ihr den copilot für microsoft 365 lizenziert habt oder nicht wenn ihr ihn lizenziert habt so wie es bei mir ist dann taucht hier quasi copilot für microsoft 365 auf das heißt dann kann ich hier sozusagen auf daten in microsoft 365 zurückgreifen wenn ihr nicht lizenziert habt ist das quasi der was kann ich wieder genau jetzt heißt copilot enterprise oder so dann ist das die variante wo sie quasi nicht ihre sprachmodelle mit trainieren die aber nicht auf die auf die daten in eurem tenant zugreifen kann den gleichen umschalter habt ihr in der in der app auch also in der copilot app auch auch da ist quasi der arbeit also sobald wenn wenn ihr hier für microsoft 365 stehen habt dann greift er auch auf interne daten zu und ihr seht an der kreditkarten abrechnung weil es kostet 20 30 dollar im monat genau nur dann geht grounding also mit mit all den anderen geht es nicht mit dem microsoft 365 daten sondern man hat hier unten weiß nicht ob ihr das seht im screen share diesen eintrag datei hinzufügen da würde ich jetzt aber erst noch mal kurz abbiegen und zurück zu chat gpt gehen dann schauen wir uns erst bei chat gpt an und gehen dann zum copilot das mal für alle fälle die ganzen browserfenster offen genau richtiger account bin ich das heißt hier habe ich mal einen neuen chat und was ihr da seht unten also klar kann ganz normal text nachricht eingeben aber ihr habt quasi dort diese büroklammer und da könnt ihr jetzt mittlerweile auch mit google drive verbinden oder mit one drive verbinden aber vorsicht wenn ich mit one drive verbinde kriegt kriegt der quasi ein access token für one drive und das heißt open ai darf auf mein one drive zugreifen was ich ich persönlich nie nie will also ich mache das nicht das heißt was ich manchmal mache wenn ich jetzt quasi so einzelne dokumente habe also ich habe zum beispiel mal so test gemacht wenn man lernreise leitfaden nimmt und will mit dem sprechen dann kann ich den lokal in diesen einen chat hochladen und kann den dann in dem chat nutzen im hintergrund die der mechanismus auch wenn ich das nirgendwo sehe ist so ähnlich wie das was ich euch vorhin hier gezeigt habe also bevor ich jetzt eine frage stelle kann ich quasi in chat gpt das dokument hochladen open ai to das enkodieren speichert das keiner weiß nicht ob du es weißt oder jemand das weiß in irgendeiner art von vector datenbank ab und nimmt es in das kontextfenster dieses chats auf und das dokument ist dann machen wir mal hier ich habe die leitfäden hier liegen ai guide ich lade es hoch wenn man sieht schon hier jetzt jetzt läuft quasi tokenizing und embedding aber jetzt kann ich auf das dokument zugreifen können jetzt hier sagen was ist werden wir es und dann taucht hier dokumente werden gelesen daran sieht man immer dass er quasi im hintergrund auf das zugreift und die antwort ist jetzt was aus dem vorwort des leitfadens und man sieht es da dran hier an diesem kleinen zitat zeichen das sieht man jetzt im hintergrund da kommt eben die info nicht aus dem sprachmodell sondern aus dem dokument letztendlich letztendlich gibt es so nur ganz gezielt ein dokument hoch ja wo du weißt das ist für dich sei genau ob das irgendwo landet war öffentlich zugänglich aber du lässt chat gpt nicht auf deinen gesamten one drive ordner so ist es also der unterschied genau würde ich nie machen ich habe ich habe ich habe ein paar use cases mit kollegen zusammen also so ein bisschen netzwerk von leuten dann wird zum beispiel mal von konferenzen zum bestimmten thema alle konferenz bände die letzten 15 jahre zurück gesammelt und haben einen eigenen chat der auf das google drive zugriff hat aber das auch nur auf dieses google drive mit den e theoretisch öffentlichen konferenzbänden nichts anderem aber ich würde nie chat gpt ein recht geben dass dort irgendwo ein access token liegt der auf mein gesamtes drive drauf kann und das ist halt mit diesem mit dieser büroklammer finde ich halt ganz interessant weil so ähnlich wie wenn du mich fragst du hast doch gerade die folie gezeigt kannst du mir die schicken mache ich eine e mail auf schickt ihr die und da weiß ich aber genau ich schicke dir dieses eine pdf das landet bei dir in der inbox und das hat überhaupt nichts mit meiner dokument ablage sonst zu tun genau so und das zweite was man hier machen kann das kann ich euch hier mal zeigen man kann ja in man kann ja in chat gpt solche custom gpt bauen meines wissens nach geht es nicht mit dem kostenfreien account man kann sie zwar nutzen mittlerweile aber man kann sie nicht bauen custom gpt bedeutet ich baue sozusagen einen chatbot und stelle den über so eine art marketplace bereit und kann einstellen darf da nur ich darauf zugreifen dürfen da auch andere darauf zugreifen ist der komplett öffentlich so dass er im marktplatz gefunden werden kann nur und dem kann ich sozusagen genau nach diesem rack pattern eben auch dokumente mitgeben das habe ich jetzt hier mal manchmal diesen lernos ai bot auf und könnte ich hier mal sagen gibt es im leitfaden übungen zum erlernen von jenei meinetwegen müssen wir jetzt hier auch gleich sehen mein wissen wird durchsucht da heißt es ein bisschen anders vom text aber hier kommt jetzt quasi eine antwort und auch dass das die übungen cutters heißen weiß sicher nicht das sprachmodell und da switcht jetzt hier auf englisch keine ahnung warum also ich weiß gar nicht habe ich den habe ich den englischen leitfaden der hochladen weiß ich gar nicht der wechselt dann wieder auf deutsch genau also das ist so ein bisschen wie werkstudent den muss man dann den muss man dann beibringen dass man es komplett auf englisch oder komplett auf deutsch haben will aber ich kann jetzt quasi hier mal auf die grunde hier oben über gbt bearbeiten dann sieht man quasi hier die habt ihr zwei möglichkeiten wenn ihr das mal ausprobiert es gibt erstellen dort führte ein chat mit dem chat mit mit chat gbt und das erstellt den bot da draus was das aber macht ist letztendlich nur die felder dieser konfiguration hier auszufüllen das heißt man gibt dem bot namen der hat eine beschreibung das was meiner meinung nach bisschen unglücklich hinweise heißt ist der system prompt also das ist diese instruction also das was ich jedem chat im hintergrund mit geben sowas wie du bist ein experte zu xy und berätst mich in den und den themen antworte immer kurz wenn du sachen nicht weißt frag zurück also das ist so die das das prompting know how was man da reinstecken kann was sicher hier auch noch nicht vorbildlich ist das war ja so ein schnell schuss nur man kann zu gesprächs aufhänger machen das sind quasi die felder die hier auftauchen hat aber alles noch nichts mit rack zu tun rack kommt hier ins spiel dort ist eben der lernos ai guide hochgeladen meines wissens nach kann ich dort bis zu 20 dokumente mit jeweils maximal 10 megabyte hochladen und das war das war auf dem sap training und adoption forum spannende da hatte einer berichtet da gibt es irgendwie wie heißt dieser super personal life coach typi irgendwas mit robertson robben ja genau genau so so klandes so klandes und die sind jetzt eben gerade dabei das gesamte know how aus dem coaching zu überführen in so ein chatbot und über rack quasi da rein zu führen damit ich sozusagen natürlich dann für einen niedrigeren preis als wenn ich direkt buche mit dem chatbot mit seinem wissen interagieren kann oder der spiegel die haben sich eine wolf schneider kai gebaut eine wolf schneider so der papst wie immer so journalistisch irgendwie dinge schreibt und die haben quasi der kai über diese dokumente antrainiert was wolf schneider wieder schreiben würde welches feedback ergeben würde und alle volontäre fangen jetzt quasi an zu schreiben mit der wolf schneider kai noch so was kann ich damit machen und das ist was was wir jetzt auch in der neues machen wollen dass man sagt man hat mal so irgendwie ein chatbot wo alle leitfäden drin sind ja gerne und kann dann sagen hier ich möchte gern was lernen zum thema xy gibt es da eigentlich leitfaden oder wo wo eigentlich besonders gut um sketchnoting zu lernen oder sowas vielleicht zur ergänzung dazu ich war auf der republika in einem workshop haben wir haben es um customizing dann auch gemacht ja und haben ich war in einem workshop mit wir haben luis beethoven quasi programmiert ja so oder customized ja und das war sehr spannend weil gerade über diese wenn du noch mal hoch gehst über die instruction hatten wir ihn dann programmiert dass er ja dass er in bonn gelebt hat und alles so ein bisschen wir hatten zum beethofen experten dabei aber dann war die aufgabenstellung dass der also auf jede frage genervt reagiert und angepisst grumpy beethofen genau grumpy beethofen und der also nur seine muss meiner seine musik dann verfallen ist also die aufgabenstellung war ja so nervös und angepisst ja angry und das war total witzig könnte auch auf wdr man kann nachher mal den link ja gerne linken chat ich auch alle wieder raus das hat viel spaß gemacht mir hat es gezeigt dass man wirklich aufpassen muss wenn man so die die öffentlichen hotspots dann nimmt wir wissen man ich kann ich sehe ja nicht was da programmiert ist prompt injection als als attacke quasi auf diese kette ja genau so prüfen welchen botst du nutzt für deine arbeit ja das vielleicht als hinweis ich gebe gleich mal den chat rüber ja dann könnt ihr euch das anschauen ich habe einmal noch ein hinweis und eine frage also grundsätzlich die gpt finde ich auch ziemlich cool weil dadurch konnte man halt die prompt die ich irgendwie schon mal für gut befunden habe und irgendwo abgelegt habe halt direkt in meinem chat gpt ablegen dass die halt schnell nutzen kann mittlerweile gibt es eine funktion die es noch ein bisschen einfacher macht chat gpt hat eine memory funktion das heißt bestimmte informationen auf die die ki immer zugreifen soll die kann ich halt direkt einmal da legen und muss gar nicht mehr den gpt aussuchen was noch nicht funktioniert ich habe versucht meine heimatadresse und arbeitsadresse anzugeben das geht nicht das lehnt der moment noch ab aufgrund personenbezogener daten aber wenn man zum beispiel eine bestimmte art hat wie e mails beantwortet werden sollen kann man das in der memory funktion unterlegen und dann muss man nur noch e mail angeben screenshot von der e mail und dann kriegt man eine antwort ja cool okay kann ja auch noch nicht ja und eine frage die ich noch mal hatte an dich ich nutze aktuell die chat gpt plus version bin auch ganz zufrieden aber eigentlich bin ich ein m365 user wo es ja auch sinn machen würde den co pilot zu haben aber jetzt für beide modelle lizenzkosten auszugeben ist dann auch die frage ob es dir das wirklich lohnt also ich habe gesehen du machst das aber was wäre da deine empfehlung sollte man eher an chat gpt dranbleiben und da immer die neuesten funktionen sofort haben oder würdest du eher sagen nutz co pilot da dadurch hast du halt den grafen direkt integriert ja also ich muss sagen ich habe beides zum einen mal aus der aus der problematik heraus dass ich halt ganz viele use cases habe wo ich den content gar nicht nach chat gpt kopieren darf also was ist ich jetzt e mails aus projekten oder dokumente aus projekten da hat man halt verträge da steht drin man arbeitet über microsoft 365 zusammen das heißt das ist okay das zu nutzen und auf chat gpt würde dann vertragsstrafe stehen also da stellt sich die frage gar nicht wenn man davon mal absieht würde ich sagen chat gpt hat was die antwortzeit und die qualität angeht weit die nase vorne selbst wenn ich über azure playground die gpt 4 als modell auswähle also ich finde es viel langsamer und viel träger als wenn ich es über chat gpt direkt verwende also wenn ihr da überhaupt kein problem habt mit geheimhaltungs relevanten sachen und so weiter dann würde ich mir die zehn euro für den copilot 365 im moment zumindest noch sparen und würde die sachen eher über chat gpt machen vor allen dingen weil jetzt biegen wir ein bisschen von rack up aber den sagt sage ich noch dazu hat diese ganzen copilot integrationen in whiteboard in outlook in one note nutze ich recht wenig weil ich eigentlich meistens dann eher quasi den copilot über den einsprungspunkt in teams nutze so wie ich chat gpt auch nutzen und dann kopiert das ergebnis in meine outlook mail oder in meine one note seite aber diesen integrations aspekt dass das quasi überall integriert ist und als grounding der ganze graf dahinter liegt meines wissens nach wird es selbst wenn es einmal technisch anbieten würde niemand machen weil das erheißen würde dass ich ob man auf meinen gesamten graf zugriff geben muss und das weiß ich nicht ob das irgendjemand macht wahrscheinlich nicht wo ist okay danke ich habe noch mal eine frage und zwar zu dem rack in gpt wenn ich da diese hinweise habe diesen kontext mitgebe die diese instructions und dann habe ich irgendwo ein dokument vorgeladen macht es dann sinn das miteinander zu verbinden sich also in diese instructions sage wenn eine frage dazu kommt dann bitte schau danach ja und ansonsten nutze das weltwissen also ist es sinnvoll und wenn ja wie gibt es da noch tipps das passiert automatisch also du man würde in den instructions sagen was ich im dokument und dann nennt man den dokumentnamen ist findest du eine sammlung der häufig gestellten fragen zu thema xy beantworte die user fragen immer aus dem dokument wenn es da nicht drinsteht sag ich weiß es nicht also ich formuliert so ein bisschen flapsig aber wenn jetzt du meinetwegen als firma sagen würdest wir wollen das hinter unseren helpdesk schalten dann willst du sicher nicht dass irgendwelche user fragen aus dem llm beantwortet werden da gab es irgendwie die fälle in usa einen wo jemand den chatbot vom autohaus quasi dahin verhandelt hat dass er ihm das auto für einen dollar glaube ich verkauft und da hat sich dann herausgestellt dass das rechtlich bindend ist also weiß es nicht ob er das auto für einen dollar gekriegt hat aber das willst du verhindern dass du sagst du hast irgendwie ein dokument hinterlegt da steht drin das ist unser angebotsportfolio bei uns kriegst du nur die marke die modelle das ist der einstiegspreis und du gehst maximal so weit runter und halluzinierst nichts aus dem sprachmodell und das steue ich über diese instructions das machst du über die instructions genau richtig ja manchmal floja noch und dann schaue ich richtung richtung copalit noch und lokale kai dann ich aber wir haben ein bisschen länger zeit also wer da noch fragen hat wir können gerne über zwölf bisschen raus gehen ich wollte nur fragen weißt du was gibt es so was in der best practice der dokumente die du hochlädst und wie die struktur sein muss oder ähnliches weil bei gpt du hast jetzt was von fünf megabyte oder was gesagt gpt auch mal für die dokumente 512 megabyte an pro dokument und ich habe manchmal den eindruck dass auf bestimmte dokumente nicht zugegriffen wird und deshalb die frage brauchen die pdfs irgendwie gibt es das gibt es gibt es gibt ja es fällt jetzt irgendwie kein dokument ein wo das mal so umfassend drin steht so von der tendenz geht glaube ich die empfehlung immer dazu pdfs zu nehmen weil letztendlich die im hintergrund e pdfs draus machen so eine standardisierte ebene zu haben und es gibt welche formate unterstützt werden gibt es in der online hilfe gibt so eine seite die kann ich im nachgang mal raussuchen nicht pdf also ja du jetzt ein textdokument hattest und daraus ein pdf quasi kreiert hast dann ist es besser wenn du ein dokument hat ist wo du sämtliche bilder reingepackt hast und da ein pdf draus gemacht hast dann ist die qualität viel schlechter aber das ist ein guter hinweis also das auch für ein leitfaden spannend mal dieses rack wenn wir das noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben auch welche dokumente wie groß ich glaube diese 20 mb das war auch so eine empfehlung weil irgendwie alles was danach kommt wird dann irgendwie vom sprachmodell nicht mehr nicht mehr so berücksichtigt wie das davor aber da ist auch ganz viel so voodoo unterwegs wo ich nicht weiß ob das wirklich so ist oder nicht aber das forschen wir noch mal nach ja eine frage war jetzt von andreas hallo simon habe gehört auch mal i will chat gpt's marketplace einstellen oder kostenpflichtig machen was du da was zu und dann war die frage ja genau wie du ihnen leitfaden mit aufnehmen wo ist wie so eine struktur von den dokumenten ausschauen soll und da andreas fragt ebenfalls noch mal kennst du schon copilot studio damit kann kann man ja genau also pro weil genau in dem microsoft universum gibt es prinzipiell zwei orte wo man mit 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 chatbots zu tun hat das eine ist die copilot welt das ist quasi ein fertiges produkt was ich so out of the box nutzen kann und das andere ist der escher ai playground dort kann ich quasi sag mal angefangen mit so ein paar low code skills mir chatbots bauen dort kann ich auch auf ganz andere sprachmodelle noch mal zugreifen in escher gibt es auch lma zum beispiel als sprachmodell dort gibt mistral als sprachmodell das heißt was was in vielen firmen im moment so die frage ist zu entscheiden ist zu sagen kaufen wir jetzt für alle diesen copilot für microsoft 365 oder machen wir den on demand dass nur die leute den beantragen können die ihn brauchen oder bauen wir uns über escher open ai playground den eigenen chatbot der dadurch dass er dadurch dass das escher in meinem tenant ist ich dem auch zugriff geben kann auf den microsoft graf und das ist natürlich in der regel viel viel günstiger und wenn ihr euch die vielleicht kann jemand die einen link zu der dokumentation von dem corporate learning community prompt a ton in chat posten dort war der tim friebe von der enbw und die haben sich quasi so was wie chat gbt wo leute eigene gbt bauen können intern nachgebaut auf basis asher open ai playground und haben so eine übersicht seite das sieht man so eine liste aller chatbots die es gibt und wie oft die genutzt werden und wie gut die bewertet werden und das ist natürlich vom preis wenn ich dort nur die api abfragt zum sprachmodell um und massiv günstiger als wenn ich bei 10.000 mitarbeiter jedem für 30 dollar den copilot einkaufe habe es dann aber halt auch nicht integriert in word und outlook und so weiter sondern ich muss es so ähnlich nutzen wie chat gbt aber halt im eigenen tenant was oft dadurch dass escher freigegeben ist viel einfacher ist als sich open ai freigeben zu lassen für intern und meist wenn es freigegeben wird ist ja auch so die meisten firmen haben ja so sicherheitsklassen sowas wie so öffentlich intern vertraulich geheim oft geht es dann halt auch kann ich dann chat gbt nur bis zu so spielzeug sicherheitsklassen verwenden ich sage wenn ich jetzt hier ein forschungs und entwicklungsprojekt habe und da ein projekt abschlussbericht den darf ich dann niemals reinladen und wenn ich den chatbot aber über asher gebaut habe darf es vielleicht doch genau also ich hatte euch vorhin gezeigt das ist so die die eine variante auf den copilot zu kommen copilot microsoft.com gibt es auch eine app die warte mal schauen wir gerade ob ich das sinnvoll weil das finde ich auch ganz spannend ich bin jemand der sehr viel im 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 auto mit chatbots spricht zum beispiel ich gucke mal ob ich hier teilen 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 bildschirm teilen so sag mir mal ob ihr mein bildschirm seht vom handy seht ihr ja perfekt genau also ähm gleiches spiel wieder moment ich mache hier das video aus so na also ihr seht jetzt unten unten bei mir auf dem homescreen gibt es die chat gbt app und copilot app wenn ich wenn ich chat gbt aufmache ganz unten rechts seht ihr dieses kopfhörer symbol und das ist die variante wo ich quasi mit chat gbt sprechen kann so ein bisschen wie es wie das auf dem microsoft event auf dem open ai event gezeigt worden ist und das funktioniert auch sehr gut mit bluetooth freispreche einrichtungen in im auto zum beispiel das heißt ich habe jetzt auf dem weg von sap zurück vorgestern mir irgendwie ein gbt gebaut mit studien drin und konnte quasi im auto mit diesen studien sprechen wo ich die dann natürlich nicht lesen kann wenn ich im auto sitze ne und das gleiche ist das deswegen wollte ich euch eigentlich zeigen auch die copilot app also das heißt quasi hier habe ich den copilot und kann eben oben auch umschalten zwischen web und arbeit ne und wenn ich auf arbeit umschalte dann habe ich den copilot für microsoft 365 wenn ich die lizenz habe ne und da ist aber jetzt ein bisschen problematisch wenn ich hier nochmal auf web gehe seht ihr unten da kann ich quasi zwischen tastatur ich gebe einfach text ein und dem mikrofon symbol sprache eingabe umschalten also mit dem kann ich auch im auto sprechen und der für 365 hat es noch nicht also mit dem kann ich noch nicht sprechen ne und das ist was was natürlich auch spannend wäre ich vermute es wird irgendwann als update von der von der app auch kommen ne dass man sagt man fährt im zug und unterhält sich mal eine weile mit seinem projekt archiv oder sowas genau und die der zweite weg quasi um auf den auf den zu kommen und das ist tatsächlich das was ich am häufigsten nutze ne das ist quasi in in teams wenn ihr den copilot für 365 habt habt ihr oben immer einen chat mit copilot offen ne und so ein bisschen wie das chat gpt interface seht ihr hier unten ne gibt es auch ein dokument also ein klammer symbol da kann ich jetzt quasi da kann ich jetzt quasi der kennt jetzt natürlich schon die die dokumente mit denen ich zu tun hatte hier der kennt die personen da kann ich fragen zu stellen dateien die bei mir lokal liegen besprechungen da kann ich jetzt zum beispiel sowas machen wie welche könnte ich jetzt hier könnte ich jetzt hier könnte ich jetzt hier drauf klicken da wo ich mich vorhin da drin gesehen habe wenn ich jetzt hier drauf klicke dann lande ich quasi bei der besprechung in outlook die da war zum beispiel das ist alles was was natürlich in dem offenen sprachmodell der nicht drin steckt weil das keinen zugriff auf meinen kalender hat quasi genau und hier ein bisschen versteckt hier oben seht ihr rechts weiß nicht ob man im screen share seht neuer chat und wenn man auf die drei punkte geht dann hat man quasi jetzt nicht auf weil da sind so ein paar internes drin aber dann habt ihr so wie bei chatgbt links quasi die anzahl der chats die ihr habt und wenn ich jetzt hier neuer chat mache ist der quasi komplett neu und den kann ich jetzt auch mit anderen dokumenten versehen und kann parallel beliebig viele chats offen haben hier drin und man hat es jetzt schon gesehen die die antwortzeit war so ein bisschen länger also wenn man gerade wenn man jetzt wechselt von chatgbt auf co-pilot das sitzt man so da und denkt jetzt mach mal mach mal aber den vorteil dass ich quasi komplett auf alle internen informationen zugriff habe den habe ich eben in chatgbt nicht und dann ist oft so dann holt man sich halt einen kaffee oder mein so lang dauert es ja jetzt auch nicht genau und dann würde ich euch noch die dieses thema lokale rechts zeigen da weiß ich jetzt nicht update machen wir nicht inwieweit das für euch interessant ist also was was bedeutet lokale ki lokale ki bedeutet erstmal dass ich theoretisch die möglichkeit habe diesen ganzen prozess lokal auf meinem rechner laufen zu lassen das heißt wenn ich jetzt nicht in einem teams meeting wäre könnte ich das wlan an dem rechner ausstellen und könnte trotzdem mit dem lokalen sprachmodell interagieren das müsste mir jetzt glauben müsste dann ausprobieren quasi na das heißt das eine tool was ich viel nutze ist jan sieht man hier oben weil das ist so ein rapper rund um alle möglichen sprachmodelle ne das heißt da könnte ich jetzt mal sagen ich mach mal auf englisch das ist besser in der regel what is artificial intelligence schauen wir erstmal was hier für ein modell ausgewählt ist genau da sage ich gleich noch was dazu so dann sieht man hier unten ne starting model lama 3 das ist quasi eins der open source modelle das von facebook ne theoretisch kann man aber auch beliebig andere modelle hinterlegen ne alles was man frei runterladen kann und das ist jetzt die die antwort die aus diesem sprachmodell kommt ich lasse mal fertig schreiben ihr seht jetzt hier lama 3 bis dahin ist es noch einfach dann steht hinten dran 8bq4 das heißt wenn ihr mit lokaler ki anfangt zu tun werdet ihr sehr schnell an grenzen eurer rechner kommen also nicht umsonst wenn man jetzt so ein ki-rechenzentrum aufbaut ne man braucht so 10.000 a 100 oder h 100 grafikkarten wo jede 20.000 euro kostet ne und das wäre komisch wenn mein 1200 euro macbook das gleiche könnte das heißt ein problem ist das sprachmodell ist sehr sehr groß man spricht von 100 milliarden plus parameter wenn ich jeden parameter in ein oder zwei bytes speichere bräuchte ich irgendwie einen speicher von 100 gigabyte aufwärts das hat keiner nicht mal falls gamer anwesend sind also nicht mal die die jetzt so richtige gaming notebooks haben das heißt der trick ist auf der einen seite die modelle zu trainieren wo die parameter anzahl kleiner ist das heißt das ist das 8b was ihr da hinten seht 8b heißt 8 billion also billiarden ist ja im amerikanischen milliarden 8 milliarden parameter wenn ich das mit zwei byte speicher wäre ich noch bei 16 gigabyte ne das der rechner hat genau 16 gigabyte speicher das heißt wenn jemand jetzt ein größeres macbook hätte mit 32 gigabyte meinetwegen würde das da so reinpassen wie es ist ne damit ich da jetzt nicht meinen ganzen speicher für verbrauche werden die noch quantisiert also es gibt die modelle in quantisierungsstufen wo man die parameter mit weniger bits speichert als 2 byte also der ist jetzt auf 4 bit quantisiert das heißt dieses modell hat so ungefähr gute 4 gigabyte speicher 4 5 gigabyte speicher ungefähr und das heißt diese wenn ihr immer die benchmark seht so lama 3 170 b wie nah ist das an gbt4 dann denkt man sich ah klasse aber das kann ich eben bei mir auf dem rechner nicht verwenden sondern ich muss halt ein viel viel kleineres verwenden was ich jetzt an so tools spannend finde ist wenn ich jetzt hier sage wo das artificial intelligence mir passt die antwort nicht dann kann ich hier sehr einfach sagen ich schalte um auf gbt4 als modell gibt die gleiche sprache nochmal der baut im hintergrund verbindung zur gbt4 api auf und jetzt wird in dem chat quasi kommt die antwort aus gbt4 dafür müsst ihr heute dann halt schauen wie man die quasi den api key wie ihr den bekommt ja nicole du bist auf mute noch glaube ich du hast einen teil der frage glaube ich gerade schon beantwortet wenn ich jetzt wenn ich es richtig verstanden habe ist ja ich habe einmal dieses programm bei mir auf dem rechner und ich kann ja auch die verschiedenen sprachmodelle wie auch immer integrieren wenn ich jetzt aber open chat gbt4 nehme das habe ich ja dann nicht auf dem rechner sondern da bin ich ja dann quasi wieder aus dieser lokalen welt draußen das heißt ich brauche entweder ein lokales modell wo ich alles lokal mache oder ich muss wieder online sein und habe dann gbt4 also das ist ein ganz wichtiger hinweis weil der kontext des chats bleibt quasi immer erhalten wenn ich jetzt ein dokument hochgeladen hätte in den chat das intern aus dem projekt ist und ich schalte um auf gbt4 als sprachmodell werden inhalte aus dem dokument an die open ai api übertragen also ab dem moment gebe ich quasi inhalte nach draußen deswegen habe ich viele fälle wo ich sage ich weiß genau die antwort die ich hier von lama kriegt die ist nicht so gut wie sie bei gbt4 wäre aber es ist besser als es nicht zu haben und das in gbt zu kopieren ist eben keine option aber das ist das ist ein wichtiger punkt sobald ich hier umschalte also ihr seht hier oben man hat ja auch mistral und so weiter also alle die ihr halt anbindet da kann man auch viel ausprobieren und für die warte mal kurz gucken hier in den einstellungen na da gibt es dann eben für open ai seht ihr hier da muss halt einmal der api key hinterlegt werden und mit dem kann quasi jetzt mein jan hier von lokal auf der api von open ai anfangen das funktioniert genauso wie wenn ihr die chat gbt app bei euch auf dem rechner installiert habt ne für mac weiß nicht ob sie für windows auch gibt es gibt mittlerweile auch eine app für chat gbt also das funktioniert genauso ich habe auch gbt zum beispiel in meinem obsidian notebook drinnen wo ich dann einfach sagen kann ich will irgendwie nach italien reisen habe zehn tage da bin ich erstelle mir mal einen reiseplan und obsidian hat keine eigene ki drin aber ich gebe quasi der den api key von gbt und obsidian fragt bei gbt und die antwort kommt da rein wo ich nach italien fahr ist unkritisch das heißt das kann ruhig bei 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 open ai landen na und hier seht ihr eben unten da ist auch ein ein büroklammer das heißt hier könnte ich jetzt in den chat genauso wie es bei copilot gezeigt habe oder bei chat gbt auch ein dokument vom rechner laden und den im chat verwenden ja das funktioniert genauso wie gesagt landet auch in der vektor datenbank und ist als kontext in dem jeweiligen chat drinnen das heißt ich kann ich kann hier auch wie bei chat gbt verschiedene chats haben aber eben aufpassen wenn ich das sprachmodell umschalte gehen daten von hier nach draußen das da muss ich bewusst sein ja moritz ich will nochmal nachfragen wo du gerade am sinnen erwähnt hast welches plugin nutzt du denn für die integration weil da gibt es dann glaube ich eine ganze reihe von ich glaube ich habe viele ausprobiert und viel gefragt und wenn mich nicht alles täuscht heißt es copilot sogar aber das kann ich nochmal nachschauen schaue nachher in die plugin liste das wäre super genau da vielleicht nochmal ein hinweis ich weiß nicht warte mal ich schalte mal gerade das modell nochmal um auf lama how does learning work was ihr hier seht ich meine das modell ist recht schnell geladen das dauert in der regel nicht so lang dann werden die antworten generiert und solange er schreibt sieht man hier auf der rechten seite das braucht eine weile sieht man hier unten ein tokenspeed also man sieht es hier mal zu acht acht token ungefähr pro sekunde die er generieren kann lokal wenn euch eure firma irgend so ein intel i3 mit on board grafikkarte pc gegeben hat werden da keine acht token stehen für mich ist so jetzt von der antwortgeschwindigkeit seht ihr das ist deutlich langsamer als man es von chat gpt gewohnt ist solange aber die antwortgenerierung schneller ist als ich lesen kann ist das für mich okay weil ich muss es ja eh lesen aber da ist halt jetzt ich habe so einen ganz alten thinkpad das macht keinen spaß weil da muss man wirklich eine anfrage abschicken und muss dann ein paar minuten warten bis da das das ergebnis da ist es kommen jetzt ja weiß nicht ob ihr das bisschen verfolgt habt diese copilot plus pcs also im prinzip intel baut jetzt so ähnlich wie die mac diese m chips so neural engines auf dem chip haben eben auch chips die neben cpu und gpu eben auch so eine neural processing engine npu drauf haben die eben für diese inferenz geeignet sind also ich wage zu behaupten alle die so selber kontrolle haben welche notebooks kauft man sich wird ki ein entscheidungskriterium auch werden für die zukunft wenn ihr halt mit lokalen sprachmodellen arbeiten wollt wenn ihr eh nur die api verwendet ist es egal weil da geht ein request ins internet kommt eine antwort zurück das geht halt so schnell wie eure internet leitung ist letzte was ich euch noch zeigen will das vom interface nicht so schön aber das hat ein feature was das ja nicht hat ist gbt for all hat nichts mit chat gbt zu tun außer ich meine außer dass der name gleich ist was das kann moment local docs ich mache ich remove das mal das kann sozusagen nicht nur einzelne dokumente in den chat laden sondern dort kann ich pools von dokumenten also collections nennen die das definieren also ich könnte jetzt zum beispiel sagen ich mache hier eine collection die heißt lernways guides und ich habe bei mir auf auf dem rechner hatte ich ja vorhin schon mal kurz gezeigt hier auf dem desktop darf überall nicht drauf den ordner lern os leitfäden dann kann ich quasi sagen okay ich habe jetzt diese collection lern os guides eine leitfäden füge ich hinzu und genauso könnte ich jetzt mein projekt archiv meine studiensammlung meine ebooks als collections anlegen und habe die sozusagen hier verfügbar jetzt mache ich das mal zu und mache einen neuen chat auf ist neu und jetzt kann ich hier oben auf diesem sieht so aus wie eine datenbank symbol sagen man sieht gerade index da also das ist hier könnt ihr live zuschauen wie jetzt dieses embedding modell gerechnet wird jetzt ist die vektor datenbank fertig wenn das natürlich auf unser ganzes one drive loslasst dann kann das auch mal einen halben tag dauern ja und jetzt kann ich sagen nutze diese collection aus lokalen dokumenten in dem chat und dann mache ich das zu und habe das quasi ab jetzt als rack in dem chat drin und wenn ich dann sage jetzt habe ich irgendwie fragen an mein projekt archiv dann nehme ich quasi das rack von dem projekt archiv mit rein und das ist was was jan nicht kann dass ich so orte definiere und dann eben kontext spezifisch so wie ich sagen würde na ja wenn ich eine buchhaltungsfrage habe gehe ich zu max und wenn ich eine bibliotheksfrage habe gehe ich zu moni so kann ich jetzt hier sagen habe ich quasi verschiedene dokument collections die ich dann in dem chat ein und ausschalten kann weil natürlich das ergebnis spezifischer wird je besser je besser oder je je enger der das lokale wissen ist was ich ihm mit gebe na und hier ist auch so gibt es eben auch eine latte von von sprachmodellen habe ich jetzt auch ein lama 3 zum beispiel drin aber da kann ich auch ein jgbt dahinter legen auch über den über den api key das vielleicht noch als hinweis gbt 3.5 ist viel viel günstiger als 4 was die was die preise pro token angeht und wenn ich so rag use cases habe reicht das eigentlich für fast alles aus weil ich ganz wenig gesundheit ganz wenig know how aus dem sprachmodell brauche sondern die inhalte kommen aus dem aus dem dokument also das heißt wenn du da ein bisschen api kosten sparen wollt reicht dafür eigentlich immer gbt warte kurz benedikt kannst du dir pizza annehmen die kommen gerade sorry wir haben mittagessen bestellt hier es läuft den läuft den online teilnehmenden das wasser im mund zusammen warte mal ich gebe dir geld benedikt machen wir nachher genau also das ist und ich finde auch irgendwie dieses kermit frog oder angela merkel jackettgrün finde ich so vom interface nicht so schön also da finde ich einfach die den jahren spannender das heißt wenn ich jetzt so mit einzelnen dokumenten zu tun habe nutze ich eigentlich immer den jahren aber gerade für diese collections finde ich das eben spannend mit dem mit dem gbtv ja ja absolut absolut ja weil du gerade ebooks angesprochen hast ich habe das früher schon mal gesagt ich habe ganz viel amazon kindle sachbücher kann man die auch leider nicht also ihr seht hier das ist quasi die bibliothek die vorne steht in online das heißt wir haben geschaut dass alle bücher die wir haben wir auch als ebooks haben und das ist natürlich eine wichtige collection weil wenn ich jetzt eine frage stelle und sage gib mir mal eine liste von autoren die irgendwann schon mal was zu communities of practice geschrieben haben da brauche ich im hintergrund alle ebooks und bei den amazon sachen ist es halt so die sind DRM geschützt das heißt quasi die kannst du erstmal nicht so rein und raus kopieren aber ich kann dir nach mal einen weg zeigen wie man das DRM da raus bekommt ja das machen wir nun nicht in der aufzeichnung und ich muss natürlich dazu sagen ihr dürft das auf keinen Fall machen nein 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 ihr dürft das auf keinen Fall machen bling 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 genau nein aber ich denke mir halt in dem moment wo ich ein buch gekauft habe und das steht da vorne oder ich habe mir das ebook gekauft will ich die kontrolle haben wo ich das nutze ich würde es jetzt euch nicht schicken als ebook aber das ist eine klare Verletzung so wie ich halt nicht alle Bücher kopiere und ins Internet stelle aber die jetzt für so ein Use Case einfach zugreifbar zu haben ist halt super sinnvoll genau Gude hier bereitet sich so langsam der Duft des Essens aus und ihr habt natürlich online keine Chance mehr Fragen zu stellen also falls ihr jetzt noch Fragen habt dann könnte man die gerne noch beantworten für alle Fragen die ihr danke Frank für den Applaus genau Moritz hat noch ja ich halte mal die ich halte mal trotzdem die Aufzeichnung schon mal an Simon erstmal vielen Dank für die Sascha